Kompanie Mökenberg, mit einem Offizier, einem Fenerich, 58 Schützen angetreten, unter Spielmann Zug Hagen. Ein Offizier auf der Flucht, aus dem benachbarten Rüttenland. Dankeschön, Herr Lebebüren lassen. Dankeschön. Kompanie Graf von Spee, im Jubiläumsjahr, 50 Jahre Graf von Spee, vollständig angetreten. Ich darf dem Regierungskommandeur eben ein Jubiläumskolle überreichen. Vor allen Dingen haben wir gute Laune mitgebracht, 135 todesmutige Schützen, wie alle Königsanwärter sind, allesamt. Drei Fahnträger, vier Offiziere, den Panzerfausträger, vor dem gehe ich gleich selber in Deckung. Dann haben wir die Kinderkönigin mit, Königin Frieda Fröhle und ihren Prinzgemahl Paul Barlage im Gepäck. Dankeschön, Herr Lebebüren lassen. Ich habe jetzt die Glückwunschung von 50-Jährigen. Dankeschön. Kompanie Dörpo. Mit einem Offizier, einem Fahnträger, drei fahrenden Trägern, 95 Schützen angetreten. Diese Schützen sind stark unterhopft und hoffen, dass oben auf den Bergen genug Flüssigkeit vorhanden ist. Das wird sein. Dankeschön, rühren lassen. Herr Bataillonskommandeur, ich melde die Kompanie Euling mit fünf Offizieren, drei Fahnträgern, 86 Schützen und einem Schützen aus... Scheiße, wo kommen wir noch mehr? Nicht Amerika. Nein, nicht Amerika. Die sind nur Gäste. Ein Schützen aus... Aus dem Ruhrgebiet. Dankeschön, rühren lassen. Schöne Grüße, Herr Lebebüren. Schützenkompanie, Abendorf-Düpe. Mit Heidekönig, Stefan Lamping, Heidekaiser, Stefan Ehrenburg. Drei Offizieren, drei Fahnenträger, ein Schildträger und 40 Eliteschützen zum Ausmarsch angetreten. Herr Bataillonskommandeur, wenn ich noch eben vermerken darf, die Kompanie Abendorf-Düpe feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen und ist somit die älteste Kompanie vom Schützenregiment Steinfeld. Danke. Dankeschön, rühren lassen. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Die Königskompanie Steinfeld-Süd ist angetreten mit ihrem Schützenkönig Markus, nebst Königin Beate, der Stadtkapelle Lohne, sechs Offizieren, drei Fahnträger und 145 Schützen. Dankeschön, rühren lassen. Kompanie Quellengrund, angetreten mit drei Offizieren, drei Fahnträger, 38 Schützen, ein Eulingern. Mit dabei ist erstmals auch der Musikverein Festtrupp mit 30 Musikern. Dankeschön, rühren lassen. Kompanie Schümmer ist angetreten mit zwei Offizieren, zwei Fahnträgern, Kolbenorchester Mühlen unter der Leitung von Christoph Püller sowie mit 78 Schützen und 78 neuen Gewehren. Wir von der Kompanie wollen und müssen den König stellen. Danke, Herr Kürgenberg. Rühren lassen. Moin, Herr Kommandeur. Die Kompanie Lehmenden ist mit drei Offizieren, drei Fahnträgern und 85 unterhopften Schützen stark angetreten. Dankeschön, rühren lassen. Moin, Herr Kommandeur. Kompanie Holthausen ist mit drei Offizieren und 87 Schützen angetreten. Dankeschön. Rühren lassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder hier vorne. Gewehren hört auf mein Kommando. Augen geradeaus. Gewehr über. Gewehr ab. Rührleuchte. Herr Pfadenkommandant, würden Sie bitte, äh, Herr Platzkommandant, Entschuldigung, würden Sie bitte die Pfaden am Ort kommen und den König zum Platz herholen lassen. Ausatmen. Musik Musik Regiment stillgestanden, recht euch, Augen geradeaus, das Gewehr über, präsentiert das Gewehr zur Meldung an Seine Majestät, König Markus, Augen rechts, Herr König, darf ich Sie bitte ranzukommen, König Markus, ich melde das Steinfeller Schützenregiment, ist mit 45 Offizierinnen und Wählerchen, 831 Schützen, dem Heidekönig aus Amtenhof, Typus Stephan Lamping, der Steinfeller Kinderkönigin Frieder Fröhle, sechs Musikkapellen, sowie zahlreich festlich geschmückten, gespannen, angetreten. Musik Danke schön, das zu hören. Danke. Mütle mir die Ehre weisen, wir zusammen die Front abzuschreiten. Ich bitte darum. Wunderbar, Herr Kapellmeister, darf ich bitten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tschüss, Mami. Die haben die Kapelle mal vorgelassen. Die haben die Kapelle mal vorgelassen. 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 Die Kapelle mal vorgelassen.